Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich bin's, euer Maxdeus und wir wollten jetzt heute hier noch ein bisschen nach Metalle suchen, während wir vom Hai angeknabbert werden. Ja, Drecksviech. Wo sind das Viech jetzt hin? Ah, hier haben wir Metall. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, weil uns geht die Luft aus. Ah, was bist du für ein Drecksviech, wirklich. Wie der einen nur aufregt, ey. Hier, friss Palmen. Verlass mich in Ruhe. Alter. Kann man nur so nerven, ey. Ja. Sorry für die Aufregung, aber... Der regt einen übelst auf. Immerhin haben wir noch ein paar von denen. Dann würde ich sagen... Ja, hier können wir noch mal ein paar hinballern. Wie viel müssen wir da? Drei. Wir müssen eben kurz abwarten, bis unser Leben hier wieder voll ist. Da können wir noch mal runter. Muss hier noch irgendwas rein? Nee. Hinten haben wir genug. Plastik. Und noch mal Plastik. So, dann können wir schauen. Ja, können wir noch einen da hinballern. Das Leben wieder voll ist, dauert es eben. Wenn der einen die ganze Zeit so attackiert. Ah. Oh, reparieren. Mistviech einfach nur. Wie kann der Hai nur einen so nerven? Wirklich. So eine absolute Nervensäge einfach, der Hai. Dann packen wir die hier noch drauf. Dann... Machen wir hier. Wir brauchen auch gleich noch mal ein bisschen Schrott. Oder haben wir noch Schrott? Wir haben keinen Schrott mehr. Leben müsste reichen. Dann haben wir noch mal Eisen. Metall. Nein. Ach. So ein Riesenmistviech einfach. Wirklich. Ich bin dann am Überlegen, warum ich nicht einfach auf friedlich gemacht habe. Dann greift mich keiner von denen an. Ja, aber okay. Wir wollten ja eine gewisse Herausforderung haben. Auf normal war es doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht hatte. Weil wir nach drei, vier Bissen von dem schon eigentlich tot waren. Das war dann doch zu schade für so ein Let's Play. Deswegen ist ja diese Runde dieses Mal hier auch einfach. Ne, wir haben keinen Schrott gesammelt. So, dann packen wir den noch dahin. Nein. Verdammt. Jetzt müssen wir Schrott sammeln. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Okay. So. Hier haben wir Seetank. Seetank brauchen wir für den Glibber. Oh, nochmal Metall. Hat er versucht, mich anzugreifen hier. Okay, der kam hier nicht ran. Okay. Hier kommt er nicht ran. Aber jetzt brauchen wir Luft. Oh, nein. Okay, das war jetzt sehr, sehr knapp. Das war wirklich sehr knapp gerade. Jetzt brauchen wir aber einen Metall. Einen Metallbaren. Ganz dringend. Der muss jetzt schnell fertig werden. Den hier muss ich jetzt um jeden Mittel verteidigen. Alter, wie die Wellen hier schlagen. Ja, der ist fertig. So, ganz schnell den. Ja, perfekt. Wir können auch wieder gehen. Wo ist das? Da. Ich glaube, das reicht jetzt das erste Mal. Wohin weht das Fähnchen? Die Richtung. Super. Können wir eben so kurz machen. Den Seetan können wir auch mal gleich zum Glibber verarbeiten. Weil wir brauchen hier, äh, den hier gleich irgendwann. Dann haben wir vier von denen. Geht's jetzt los? Kommen wir hier raus? Ja, wir kommen jetzt raus. Locken uns zwar ständig dagegen, aber... Ja, was soll ich machen? Kann ich eigentlich jetzt hier voll machen einmal? Nee. Ich hab kein Plastik mehr. So, und den auch noch rein. Können wir den jetzt zumachen? Äh, was war das denn? Können wir hoffen, dass wir da wieder ein bisschen Plastik und Schrott kriegen. Von den Dingern. So, den packen wir mal da hin. So. Das da hin. Nee, die brauchen wir hier. Die packen wir mal da. Äh. Da kommt aber was Dickes an uns an. Ja. Ja. Dafür bin ich, glaube ich, noch nicht bereit. Da sind wir hier noch ein bisschen zu low. So, mal schauen, was ich eigentlich noch hier erforschen muss. Leiterplatte. Was brauchen wir für Leiterplatte? Äh, wo haben wir Leiterplatte? Die Leiterplatte. Dafür brauchen wir Kunststoff. Äh, Kupferbarn und Kletterpflanzengläber. Aber plastisch. Planky. Planky. Ja, okay. Dann kriegen wir halt nur einen. Und dafür sind wir nicht bereit. Digga, der ist aber riesig. Die Insel. Aber ich weiß ganz genau, dass da schon wahrscheinlich Eber oder so auf uns warten. Von der kamen wir gerade, glaube ich. Ja, das sind die von der WK. Du, Kusch, weg. Hui, weg. So. Planky. Und. Planky. Ein mit dir. Plastik machen wir auch mal hier hin. Ich finde es keine gute Idee, dass wir hier andocken. Dass wir hier landen. Also zumindest noch ein... Soweit wie wir sind, äh, keine gute Idee. Ja, ich würde sagen, wir machen mal so. Das wird dann vorbeischwimmen. Ein bisschen. Da haben wir auf jeden Fall einen Lama. Er ist das Tier. Bereit für die sind wir noch gar nicht. Weil wir haben ja nur aktuell diesen einen blöden Speer und Waffen. Und da brauchen wir noch ein bisschen Glibber. Und wir müssen noch ein bisschen auch was forschen. Ist das jetzt vom Boot dort ernst? Er drückt uns hier einfach weiter gegen. Dann gucken wir mal, ob ich hier vielleicht Schrott finden. Ja, Dreckshai. Kann ja nicht gegen jemanden anderen auf die Eier gehen. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wieder nach oben. Ganz schnell. Ja, jetzt geht die Gesundheit runter. Und los. Uh, das war knapp. Aber immerhin... Immer wieder sieben von denen. Wir können hier... Noch mal ein bisschen... Eins... Eins können wir machen. So. Dann könnten wir... Hier und hier auch noch mal... Zwei machen. Ich will hier jetzt rauskommen. Hallo? Man muss jetzt wieder ein Paddel bauen. Ernsthaft. Na, haben wir noch mal... Plastik. Nehmen wir... So jetzt nicht... Okay. So... 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 Diesen können wir was essen. Dann müssten wir mal schauen, dass wir hier vorbeischwimmen an der Insel. An sich wäre es schon geil, wenn wir da hingehen. Aber beim ersten Aufnahme-Session-Versuch, und die Betonung liegt wirklich beim Versuch, sind wir hier mindestens zehnmal gestorben. Ja, der muss sich mal ändern hier. Ich will hier vorbei. Ja. Oh, der dreht sich, der dreht sich. Das ist ein bisschen das Blöde an so einem Floß. Nein. Aber ich sehe kein Metall. Kann ich noch mal runterfallen? Aber was ist... Drexteil, wirklich. Man lässt es auch ruhig einfacher machen können, ja. Da. So. Wir brauchen gleich wieder neues Werkzeug. Da verbringt uns Schrott. Und dann brauchen wir wieder Plastik. Aber wir lassen uns mal treiben. Plastik. ich hatte eine planke schon gewundert da los war warum ich den nicht irgendwie abwerfen also loswerfen konnte schuldigung schluck auf den haben wir den haben wir den kriegen wir nicht mehr den haben wir den ja geil den haben wir auch dann packen wir den mal hierhin immer hier runter aufmachen was haben wir diesmal gelernt du hast gelernt teppich recherchiert von max deos nice neuen teppich gelernt so dann müssten wir hier jetzt aber noch mal ein bisschen was um haben also wir brauchen den und dann jetzt den dann wieder den wenn man nicht weil wir plastik fehlt und schon es hat jetzt so kunststoff geil haben wir wieder drei stück wenn es wieder eine insel ist mir jetzt erst mal noch nicht so wichtig plastik ja geil haben wir dann können wir hier noch mal so und so machen und dann hier so und nein uns fehlt ein schrott das heißt das ding müssen wir jetzt um alles auf der welt verteidigen so den haben wir und wir haben keinen schrott dabei dabei schrott gerade hier lebenswichtig wir haben schrott dann können wir jetzt diese erfüllung die sie mir verdammt wir brauchen noch mal plastik ich glaube der greift jetzt hier drinnen nicht an dann ist der hier schon mal gesichert also die lebensmittel müssen wir auf dem grill packen die rüben nehmen wir den da mit da vorne ist plastik ah nein plexplastik wirklich guck mal hin den kriegen wir den da ja den kriegen wir jetzt auch dann müssen wir mal hier zu machen und dann hier und sobald das erledigt ist noch flanke arm flanke so mein ohr juckt einen moment so plastik ja geil hier so sicher ist sicher und den dann nehmen wir auch noch mit so haben wir den haben wir den haben wir den haben wir den nein schnell wieder zurück so besser nehmen wir auch noch mit ah geil wieder rüben die beiden hier angreifbar jetzt noch ein plastik dann ist das dann durch plastik nein komm schon ja okay so geht auch ah geil die fläche ist hier jetzt sicher vom hai vom hai so den da noch das würde heißen dann jetzt gleich nur noch hier einmal und da diese dreieckigen teile und hier nochmal die dreieckigen teile so wie viele schrauben haben wir also nägel und jetzt elf so dann haben wir den also dann das brauchen wir hier einmal so da und hier auch einmal quasi so aber können wir noch nicht bauen okay dann ist es halt so wir müssen was essen so haben wir die kartoffel und die kartoffel der kapiert auch einfach nicht was ist mit einem hai los dass er das einfach nicht kapiert dass er hier immer weiter angreifen muss also erhofft er sich dass er mich angreift äh genau warte gehen dann hier nochmal ah den können wir schon verstärken okay wenn wir den hier nochmal gehen mhm gut ja und dann noch einmal so oh ja wir haben kein Metall mehr ja okay okay dann würde ich sagen wir schippern ja gerade gerade auf die Insel dazu in der nächsten Folge werden wir da nochmal nach äh Metall suchen damit wir hier die letzte Stück nochmal fertig machen können genauso wie den hier beschichten mit äh Metall schützen so meine ich das dass hier alles unten aus Metall gesichert ist danke bepiss dich wegzai haben wir auf jeden Fall auch die das Fundament kann man sagen fertig haben was nehmen wir auch noch mit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge geht den müssen wir noch aufmachen Abfalleimer ja geil wir haben einen Abfalleimer machen wir eine Gastronomie draus in Bikini Bottom ne so dann vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ciao ciao ein zu und dann ein auch Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018